Der alljährliche Funatec Black Friday Sale steht vor der Tür. Ich fasse für euch alle wichtigsten Infos zusammen. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Ich bin kein Teilnehmer eines Funatec Affiliate Programms. Die in diesem Video vorgestellten Deals gehen am Black Friday, das ist der 25. November 2022 auf der Funatec Homepage online und sind, solange der Vorrat reicht bzw. bis zum Cyber Monday darauf, verfügbar. Lasst uns mit den Infos beginnen, die Funatec soeben kommuniziert und auf einer eigenen Black Friday Seite veröffentlicht hat. Angebot Nummer 1 sind die Clubsport V3 Pedale Inverted, die von knapp 600 auf knapp 400 Euro und somit auf den regulären Preis der V3 Pedale in der Standard Version heruntergesetzt werden. Die Pedale in der Standard V3 Version kennt ihr aus zahlreichen meiner Reviews und bei den Inverted kommt das umgekehrt aufgehängte Kupplungs- bzw. Bremspedal samt Dämpfer an den Start. Angebot Nummer 2 sind die eben erwähnten Clubsport V3 Pedale in der Standard Version, welche um 100 Euro und somit auf 299,95 Euro heruntergesetzt werden. Guckt euch Vergleiche in meinem Kanal mit diversen anderen Pedalen an. Ein Testvergleich zwischen V3, CSL und Elite V2 Pedalen folgt in den nächsten Wochen. Angebot Nummer 3 betrifft die Podium DD2 Wheelbase, die auf den Preis der Podium DD1 und somit auf 1199,95 Euro heruntergesetzt wird. Bezüglich der Podium DD1 kennt ihr ebenso viele Reviews aus meinem Kanal und die DD2 packt nochmal 5 Nm mehr drauf und liefert mit 25 Nm Spitzendrehmoment des Funatec Podium DD Portfolios ab. Angebot Nummer 4 betrifft das Boost Kit 180 für die CSL bzw. DD Pro Wheelbase, welches um 30% und somit auf etwa 105 Euro heruntergesetzt wird. Angebot 5, 6 und 7 fallen mit ebenso minus 30% für das CSL Clutch Kit, das CSL Load Cell Kit und das CSL Tuning Kit aus. Mit Angebot 8 steht ein über alle Lenkräder und Hubs ausgerufener 10%iger Abschlag vor der Tür. Auf den Punkt gebracht kann dann ein beispielsweise 400 Euro teures Lenkrad und 360 erworben werden. Angebot Nummer 9 ist das Xbox Premium Wheel Bundle, welches aus V2.5X und Clubsport Steering Wheel mit jeweiligen Button Caps und Sticker Set besteht. Bei beiden handelt es sich um Lenkräder bzw. ein Set aus Clubsport Hub und Lenkrad Aufsatz, um je 400 Euro. Im regulären Gesamtpreis von über 800 Euro inklusive der Button Caps lassen sich bei 20% Abschlag somit über 160 Euro einsparen. Angebot Nummer 10 ist ebenso ein Bundle, bestehend aus McLaren Wheel, QR1 Adapter und CSL Hub, samt GT Alcantara Lenkrad Aufsatz inklusive Button Caps und Sticker Set. Beim Regulärpreis von insgesamt knapp 600 Euro werden abzüglich 20%, dann um die 120 Euro weniger ausgerufen. Angebot Nummer 11 ist das Rallye und Formula Wheel Bundle, welches aus dem V2.5X Wheel, Quick Release 1 Adapter, WRC Wheel, Advanced Paddle Module und Sticker Set ebenso um 20% vergünstigt wird. Der Regulärpreis dafür beträgt in Summe um die 900 Euro und sie mitfallen bei 20% Off mit um die 180 Euro Ersparnis aus. Angebot Nummer 12 ist das PC Premium Bundle, welches das RS Wheel, V2.5 Wheel, APM, das Sticker Set an den Start bringt. Regulärpreis im Gesamtpaket etwa 950 Euro und bei 20% kommen dabei im Black Friday Sale über 180 Euro Ersparnis rum. Angebot Nummer 13 ist ein Xbox Bargain Bundle, welches McLaren und WRC Wheel vereint und ebenso mit 20% Nachlass an den Start geht. Soll heißen, anstatt 400 Euro für beide Lenkräder werden dann 320 Euro fällig. Angebot 14 ist das Triple Wheel Bundle mit McLaren Wheel, BMW M3 Wheel samt zusätzlichem Advanced Paddle Module, Podium 911 GT3 Wheel, dem QR1 Adapter und zwei Button Caps und Sticker Sets, welches um 30% vergünstigt angeboten wird. Zusammengezählt beträgt der Regulärpreis um die 1500 Euro und bei 30% Abschlag werden bei einer Ersparnis von 450 Euro dann um die 1050 Euro für das Triple Wheel Bundle mit Zubehör fällig. Weiters kündigt Funatec einen Anniversary Sale zum 25. Jahrestag an, bei dem ehemalige Produkte zu vergünstigten Preisen angeboten werden sollen. Ich hoffe euch mit diesen Infos einen guten Überblick zum diesjährigen Funatec Black Friday Sale 2022 verschafft zu haben. Morgen melde ich mich mit der Zusammenfassung der Thrustmaster Direct Drive Ankündigung und nebenbei laufen einige Tests bei mir im Haus. Postet jetzt in den Kommentaren mit rein, was ihr von den diesjährigen Funatec Black Friday Sales haltet, all dies würde mich interessieren. Stay tuned, schaut bei mir im Testcenter vorbei, ansonsten treffen wir uns in ein paar Tagen auf das Simracing Expo 2022 in Nürnberg, wo ich euch klarerweise wie gewohnt sehr ausführlich berichten und Videos hochladen werde. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Ron. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.